Moin, da mein letztes Ringvideo ein ganz gutes Erlebnis hatte, habe ich beschlossen hier uns einfach mal noch ein Modell aus der Rebel at Heart Collection von Thomas Sabo anzuschauen. Diesmal haben wir diesen Totenkopfring. Ihr seht schon, der ist einmal komplett durchgenommen mit diesen Schädeln dazu, diesen kleinen abstrakten Punkt, um dann dort eben noch dieses kleine extra hinzuzufügen. Auf der unteren Seite und auch da auf der Oberseite haben wir dann einmal hier immer stehen Thomas Sabo und dann Rebel at Heart. Das ist soweit auch ganz nett. Das Ganze ist schön luftig, da hier auch ein bisschen Material wahrscheinlich gespart wurde. Das Ganze ist nämlich ein bisschen hohl in der Innenseite, hat dazu dieses Muster, um das Ganze trotzdem hochwertig aussehen zu lassen. Hier haben wir den Silbergehalt und den Namen und ansonsten ist das ein ganz schöner Ring, gerade mit diesen kleinen Köpfen auch alle schön sauber gearbeitet. Da kann man gar nicht so viel falsch machen. Wir können den ganzen jetzt auch mal hier wieder aufstecken und uns anschauen. So sieht das Ganze da in der Hand aus. Finde ich persönlich auch sehr nett und sehr ansprechend. Auch aus der Ferne kann man ganz gut die Schädel erkennen und ich würde sagen, es ist somit ein sehr solides und sehr ansprechendes Exemplar.